Das Schwierige ist, letzte Woche war Peak Week, heute ist easy going, du hörst richtig Remi-Demi-Musik und dann hast du eine für dich relativ leichte Kettlebell und das nützt aber nix. Ziel ist es jetzt, diese Woche einfach runterzukommen. Z-C. Z 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